Und das ist, dass alles um dich, was du als Leben nennen hast, von Menschen, die nicht smarter sind als du. Loszulegen mit der eigenen UG oder GmbH. Und ich stand hier jetzt auch vor, drei, vier Monaten vor der Entscheidung und habe mir dann im Internet irgendwo zusammengesucht, also ein bisschen recherchiert, wie funktioniert sowas eigentlich, was sind wirklich die ganz, ganz genauen Schritte und habe da keine wirklich Anleitung gefunden. Natürlich stand dann da so ein bisschen was, man muss zum Notar, hier muss man das bezahlen und so weiter. Aber jetzt wollen wir hier mal so eine ganz, ganz genaue Anleitung, ja, sage ich mal, hinzaubern und ich hoffe, das hilft einigen, die auch vor der Entscheidung stehen, eine eigene UG oder eine GmbH zu gründen. Und deswegen würde ich auch sagen, genug gequatscht, wir starten jetzt auch direkt in das Video los und in den Inhalt. Also der allererste Schritt, denke ich, bevor man eine UG oder eine GmbH gründen sollte, ist erstmal sich ganz, ganz genau darüber zu informieren, was bedeutet es eigentlich, eine UG oder eine GmbH zu haben. Also was sind das für, also was hat man für Konsequenzen, was bedeutet das, eine wirkliche juristische Person letztendlich zu gründen. Das heißt, man kommt nicht mehr so einfach an sein Geld dran, das heißt, man hat wirklich eine eigene Person im Prinzip, so muss man es sich fast bildlich vorstellen, gegründet, die man neben sich hat, die letztendlich jetzt das Geschäft durchführt, was man sich aufgebaut hat oder was man sich aufbauen möchte. Das heißt, hier sind erstmal einige Dinge, die man vorher auf jeden Fall klären sollte. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, komm, zack, gründe ich mal kurz UG, ist super günstig, kann ich mit einem Euro machen. Darüber reden wir aber gleich noch und ja, das sollte man auf jeden Fall sich vorher genau überlegen. Das heißt, recherchieren, viel Infos aneignen und auch wirklich mit einem Steuerberater ganz genau darüber sprechen, was sind bei dir die monatlichen Kosten. Und hier muss man natürlich auch ganz, ganz genau immer auf die jeweilige Person schauen, ob es Sinn macht, mit einer UG oder GmbH zu starten oder ob es keinen Sinn macht. Ja, und da muss man sich wirklich viel informieren und das ist so dieser erste Schritt, den man wirklich genau machen sollte und nicht einfach kopfüber haltsäglich letztendlich in dieses Abenteuer stürzt und einfach zu sagen, komm, mach ich mal, sondern da steckt einiges mehr hinter. Das heißt, erstmal ganz, ganz, ganz genau informieren. Wenn man sich jetzt wirklich dazu entschlossen hat, okay, ich möchte jetzt meine UG oder meine GmbH gründen, dann ist natürlich jetzt der Notar die nächste Anlaufstelle. Und hier ist meist so, dass man dort erstmal zum Gespräch hingeht oder das Ganze über das Telefon bespricht und dann die ganzen Unterlagen oder die Informationen, die der Notar erstmal braucht, per E-Mail rüberschickt. Ja, der Notar braucht natürlich jetzt erstmal ein paar Informationen. Das heißt, wie soll die GmbH oder die UG eigentlich heißen? Das heißt, was für Geschäftstätigkeiten oder was für Tätigkeiten gibt es da? Ja, das ist genauso wie bei der Gewerbeanmeldung. Dann musst du auch wieder ganz genau hinschreiben, okay, was sind eigentlich die Aufgaben, die diese GmbH durchführt und so weiter. Dann muss natürlich das Stammkapital geklärt werden. Ja, wie viel Stammkapital wird hier in meine UG oder GmbH eingezahlt und so weiter. Was sind die Gesellschaft da? Wie werden die Anteile aufgeteilt? Das heißt, hier gibt es erstmal einige Dinge, die der Notar wissen muss, bevor er hier seine Urkunde und bevor er die ganzen Unterlagen fertig machen kann. Und da kann man zum persönlichen Gespräch hingehen. So haben wir es gemacht. Das hat auch super geklappt, ging viel, viel schneller als das Ganze, denke ich, per E-Mail und Telefon abzuwickeln. Und deswegen hier das auch meine Empfehlung. Und dann hat man einmal das Ganze besprochen, wie das Ganze aussehen sollte. Alle Infos sind im Notar letztendlich mitgeteilt. Und dann dauert das so circa ein, zwei, manchmal sogar drei Tage. Kommt darauf an, wie busy, sage ich mal, oder wie beschäftigt der Notar natürlich ist, bis er dann das Ganze wirklich 100% aufbereitet hat, die Urkunde fertig hat und dann der Termin zur Beurkundung stattfindet. Und das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Hochzeit. Das heißt, nach diesen ein, zwei, drei Tagen kommt man wieder zum Notar. Dann hat er alle seine Unterlagen hier in so einer Mappe. Man setzt sich dann da hin und dann geht es erstmal los. Dann wird nochmal einmal ein bisschen kontrolliert, ob das stimmt. Und dann wird das Ganze eigentlich vorgelesen. Das sind dann wirklich, dass so drei, vier Seiten oder teilweise sogar ein bisschen mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, werden dir wirklich vorgelesen. Natürlich ein bisschen im schnelleren Tempo. Und du musst dann da zuhören. Und letztendlich, wenn das alles stimmt, was da steht, musst du das Ganze dann unterschreiben und einige Unterschriften leisten. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, den du ausführen musst. Das heißt, du gehst zur Beurkundung, dir wird das Ganze vorgelesen, du unterschreibst alles und dann hast du letztendlich die Urkunde oder die Beurkundung erfolgreich absolviert. Nochmal ganz kurz zum Stammkapital. Darüber möchte ich jetzt gar nicht sehr, sehr detailliert sprechen. Das kommt natürlich dann auch immer auf deine Kapitalmenge an. Eine UG mit nur einem oder mit wenigen 100 Euro zu gründen, sehe ich definitiv nicht als sinnvoll an. Denn diese Firma braucht natürlich auch Geld, um damit zu arbeiten. So sage ich es einfach mal. Ja, wenn du 100 Euro da einzahlst, das ist schön und gut, dann hast du eine UG. Aber das Problem ist jetzt, du kannst nicht als Privatperson einfach mal kurz sagen, komm, ich stecke da jetzt 5.000 Euro rein, damit das Ganze Kapital hat, um Ware zu kaufen, um sich Software, irgendwie Mitarbeiter anzustellen und so weiter. Da kann man nicht mal eben kurz Geld reinschieben. Das funktioniert, aber es ist dann natürlich so, dass das Ganze über einen Darlehensvertrag geht. Das heißt, du leihst der GmbH oder der UG im Endeffekt nur das Geld. Das heißt, definitiv die UG schon mit Stammkapitalgründen und nicht nur mit einem oder 10 oder 100 Euro, sondern da schon ordentlich was einzahlen. Und generell auch hier ganz klar Gedanken machen, ob sich nicht gleich der Weg zur GmbH lohnt. Das Ganze kostet hier 12.500 Euro in der kleinsten Variante, sage ich mal ganz klar. Die bräuchtest du, um eine GmbH zu gründen, was denke ich auch schon eigentlich nicht so viel ist und man eigentlich generell immer gleich den Schritt zur GmbH gehen sollte. Denn 12.500, das ist ja Geld, mit dem du danach auch wieder arbeiten kannst. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Gedankengang dahinter, aber da kann ich auch gerne nochmal ein ausführliches Video drüber machen, was es eigentlich jetzt oder ob man eine UG GmbH einzeln unter dem so einen kleinen Vergleich dazu und was da so die Dinge hinter sind, die dahinter stehen. Ja, genau, jetzt haben wir die Beurkundung eben abgeschlossen und jetzt ist ja der nächste Schritt. Wir müssen nochmal ein, zwei Tage warten, wieder auf den Notar, bis er letztendlich dann hier die fertige Urkunde mit so einem schönen Stempel, wie man es eigentlich so aus diesen alten Filmen kennt. Ich weiß nicht, ob es genau Wachs war oder was es genau ist. Auf jeden Fall bekommt man dann wirklich eine richtige Urkunde und mit der, oder die bekommt man dann circa ein, zwei Tage später, die kann man sich dann wieder vom Notar abholen. Da muss man einfach nur kurz vorbei, bekommt seine ganzen Unterlagen und da ist dann auch diese Urkunde dabei. Und damit hat man jetzt erstmal, sage ich mal, seine GmbH oder UG gegründet. Wichtig ist jetzt, dass das Ganze jetzt noch in Gründung ist. Das heißt, diese Firma ist jetzt noch nicht offiziell zum Leben erweckt worden. Das muss man sich wirklich einfach mal so vorstellen. Die ist jetzt, sage ich mal, in Gründung. Das heißt, sie ist noch nicht fertig im Prozess abgeschlossen. Das Ganze ist erst 100% abgeschlossen und sie ist wirklich ins Leben erwacht mit der Eintragung ins Handelsregister, auf das wir aber gleich zu sprechen kommen. Mit der Urkunde jetzt müssen wir zur Bank, denn wir müssen natürlich ein Geschäftskonto anlegen und unser abgemachtes Stammkapital einzeln. Das ist jetzt direkt der nächste Schritt. Ich habe es so gemacht, ich habe direkt danach mit einem Termin bei der Bank gemacht und war wirklich dann eine halbe Stunde, nachdem ich die Unterlagen habe bei der Bank. Und dann geht man da hin, gibt die Unterlagen ab, spricht noch alles ab, wie das Konto aussehen soll, was da die Einzelheiten sind und dann gründet man letztendlich hier sein Bankkonto. Das Ganze dauert dann wieder ein, zwei Tage. Natürlich kann sowas auch mal ein bisschen variieren, je nachdem, wie viel zu tun ist, was für eine Bank ist und so weiter. Ich kann hier nur so ein bisschen aus meinen Erfahrungen natürlich mitteilen, wie lange das bei uns gedauert hat. Und dann hat man das Ganze hier auch abgeschlossen, dann lässt man die Unterlagen da, der, ja, sage ich mal, die verantwortliche Person erstellt hier das ganze Konto und dann ist letztendlich auch das Konto erstellt. Wichtig ist, dass dieses Bankkonto jetzt auch wieder erstmal nur mit der oder auf die GmbH oder UG mit dieser kleinen Klause in Gründung ist. Ja, das heißt, offiziell musst du, wenn du den Handelsregister Auszug hast, nochmal zurück zur Bank, den abgeben, damit dieses kleine Kürze in Gründung da auch wegkommt und letztendlich die mögliche GmbH dort vorhanden ist. Nachdem das Bankkonto jetzt gegründet ist, kann es natürlich das Stammkapital 1 sein. Das heißt, du gehst wieder zur Bank oder ich weiß auch nicht, ob das Ganze telefonisch geht. Wir sind wieder zur Bank gegangen und haben dann letztendlich hier das Stammkapital überwiesen. Das ging super schnell, weil das halt auch Volksbank zu Volksbank war und dann war das ganze Geld dort auf der Bank und letztendlich hat man dann hier den Einzahlungsbeleg bekommen. Ja, da muss so ein Stempel, glaube ich, drauf, eine schöne Unterschrift, das muss so ein bestimmter Beleg sein, diesen Beleg direkt einscannen, sobald du zu Hause bist und dem Notar wieder schicken. Denn der Notar reicht das Ganze jetzt beim Handelsregister ein. Und sobald du hier bist, hast du schon mal einen sehr, sehr großen Schritt letztendlich geschafft. Das heißt, jetzt hast du eigentlich dein ganzes Stammkapital eingezahlt, alles ist gegründet und jetzt wird deine OG oder GmbH beim Handelsregister eingereicht. Eigentlich hast du jetzt in der Zeit wahrscheinlich schon vom Finanzamt Post bekommen. Ja, das ging irgendwie bei mir super, super schnell. Das heißt, direkt, nachdem ich beim Notar war, drei Tage später, hatte ich so einen schönen großen Brief wieder vom Finanzamt. Da war der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung drin, weitere Unterlagen und so weiter. Diese Unterlagen habe ich direkt meinem Steuerberater gegeben. Der hat das Ganze für mich ausgefüllt und damit dann auch die Steuernummer und die Umsatzsteuer-ID beantragt. Zwei ganz, ganz wichtige Nummern, die wir eigentlich auf jeder Plattform brauchen, auf Amazon, auf irgendeiner anderen Plattform, wo wir verkaufen möchten, um Rechnungen zu erstellen, brauchen wir diese zwei Nummern, beziehungsweise die Steuernummer, die Umsatzsteuer-ID. Das kommt immer dann ein bisschen auf die Plattform an. Aber die brauchen wir. Das heißt, hier wirklich wieder schnell agieren. Denn je schneller du hier natürlich das deinem Steuerberater gibst, das Ganze dann abgeschickt wird ans Finanzamt, desto schneller bekommst du auch die Nummern, die du brauchst, um wirklich zu starten. Nachdem du das oder nachdem du dann in dieser Zwischenzeit das mit dem Fragebogen schon erledigt hast, deinem Steuerberater gegeben hast, musst du so ein bisschen warten, bis du halt im Handelsregister oder bis das Handelsregister deinen Fall abarbeitet, sage ich mal. Manchmal ist es so, dass dann nochmal ein kleines Problem gab, zum Beispiel die Geschäftstätigkeiten wurden nicht genau erklärt. Dann ruft dich deine Notarnummer an, dann muss hier ein bisschen was geändert werden. Dann muss das hier ein bisschen detaillierter ausgeschrieben werden, was die GmbH oder UG eigentlich macht. Manchmal geht das aber auch direkt einfach so durch. Und dann bekommst du eigentlich direkt Post vom Amtsgericht, besser gesagt, das ist das Amtsgericht, zur Handelsregister-Eintragung. Das ist dann so ein schöner Brief. Da steht dann drauf, dass du 150 Euro überweisen musst, damit deine GmbH oder UG in das Handelsregister eingetragen wird. Und das solltest du auch eigentlich direkt tun. Und ganz, ganz wichtig, achte wirklich dabei drauf, dass es wirklich vom Amtsgericht kommt. Es gibt da ganz, 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 ganz viel dubiose Anbieter, die dir Briefe direkt danach schicken, in denen du 500.000 Euro überweisen sollst, um in irgendeinem privaten Register zu stehen. Also hier wirklich aufpassen, aber dazu gleich nochmal mehr. Eigentlich kommen diese Briefe erst im Nachhinein, nachdem du im Handelsregister stehst. Mit diesem Brief, auf dem letztendlich oder mit dem du diese 150 Euro überweisen sollst, das machst du natürlich. Und danach dauert es circa ein bis drei Tage bei uns. Es kann natürlich hier auch wieder variieren. Das ist jetzt nur so eine kleine Richtzahl, bis deine GmbH oder UG wirklich jetzt im Handelsregister steht. Und ab dann ist sie wirklich gegründet. Also dann ist dieses kürze Ingründung wirklich weg. Sie ist jetzt zum Leben erwacht. Ganz, ganz wichtig noch, was ich eben noch vergessen habe, kurz zu erwähnen, dass du direkt an deinem Briefkasten, an deinem Haus, an deiner Wohnung, sofort, nachdem du eigentlich beim Notar warst, ein kleines Kürzel oder ein kleines Namensschild deiner GmbH oder UG anbringen musst. Das sollte wirklich sofort danach passieren, weil alle Post, die du dann letztendlich bekommst, die für die UG oder für die GmbH, die du dir ausgedacht hast, namentlich natürlich, bekommst, die wird nur zugestellt, und wirklich am Namensschild steht hier oder einfach nur der Name der GmbH, XYZ GmbH. Das muss natürlich auch am Briefkasten erkenntlich sein, damit der Postbote diese Briefe zustellen darf. Das heißt eigentlich sofort danach dir so ein kleines Schildchen erstellen. Das kannst du dir erstmal provisorisch selber basteln oder du bestellst das Ganze auf Ebay, auf Amazon. Da gibt es überall so, sag ich mal, Shops, wo du dir dann den Namen aussuchen kannst und dann erstellen dir so ein kleines Schildchen für den Briefkasten und dann hast du das auch erledigt und das musst du sehr, sehr schnell an den Briefkasten bringen, damit dir die ganzen Briefe zugestellt werden. Nachdem du jetzt diese 150 Euro überwiesen hast, bist du dann im Handelsregister eingetragen. Das dauert ein bisschen und dann bekommst du ganz, ganz viele Briefe, von denen ich eben schon mal kurz gesprochen habe. Das heißt, du kriegst sehr viele Rechnungen. Da ist auch gleich schon die Bank dabei, dass du das und das überweisen sollst. Dann bist du hier zum Beispiel im Berliner Register stehst und so ein Quatsch. Also wahnsinnig viel Post bekommst du da. Ich glaube, wir haben fünf bis zehn Briefe bekommen. Und wenn man das Ganze gezahlt hätte, wäre man da, glaube ich, nochmal 3000 Euro los gewesen. Ganz, ganz wichtig. Du musst davon nichts bezahlen, was von irgendeinem anderen privaten Register kommt. Du musst nur ins Handelsregister eingetragen werden. Das war es. Der Rest, den kannst du direkt in den Müll schmeißen. Also hier wirklich nicht drauf reinfallen und nicht dieses Geld letztendlich zahlen. Nachdem wir im Handelsregister eingetragen sind, brauchen wir noch den Handelsregister Auszug. Das ist jetzt dieser Auszug, wo wirklich drinsteht, dass jetzt alles eingetragen wurde im Handelsregister. Das hier, das und das sind die Daten des Ganzen, was eingetragen wurde. Geschäftsführer, Unternehmenszweck, Stammkapital und so weiter. Bekommt man dann so einen schönen zweiblättigen Auszug. Den kriegt man manchmal vom Notar zugeschickt. Den kriegst du aber auch auf jeden Fall eigentlich per Post immer zugeschickt. Dauert natürlich nur ein bisschen länger als bei dem digitalen Weg. Mit diesem Handelsregister Auszug musst du jetzt nochmal zurück zur Bank laufen. Ja, denn dort stehst du ja immer noch als in Gründung. Das heißt zum Beispiel XYZ GmbH in Gründung. I.G. heißt das, glaube ich, oder steht es da. Wenn du dann dort die Urkunde, also beziehungsweise nicht die Urkunde, sondern den Handelsregister Auszug vorzeigst, dann wird das Ganze dort entfernt und deine GmbH ist jetzt auch in den Bankdaten wirklich gegründet. Und wie gesagt, mit der Eintrag ins Handelsregister ist deine Firma wirklich jetzt im Leben. Also die wurde jetzt zu 100% gegründet, die existiert jetzt und kann hier, also die kann auch vorher schon geschäftlich tätig werden. Ich würde aber erst starten, wenn du wirklich dann im Handelsregister stehst. Das dauert maximal ein, zwei Wochen länger und dann hast du wirklich alles und bist ready und kannst starten. Jetzt ist noch ganz wichtig, nachdem das alles passiert ist, wir haben die Urkunde, kann man ja eigentlich denken, gut, wir sind jetzt geschäftstätig, wir können starten. Jetzt muss man noch zum Gewerbeamt. Also dort, wo du zum Beispiel auch dein Einzelunternehmen anmeldest, deine GbR gründest mit zwei Personen und so weiter, musst du hin und einen Gewerbeschein für diese GmbH ausfüllen. Da musst du dann auch nochmal genau drauf, was für Geschäftstätigkeiten das sind. Da müssen da die Daten hin, die Handelsregisternummer und so weiter. Und dann musst du hier nochmal kurz diese Gewerbeanmeldung ausfüllen. Dauert aber nur 10 bis 20 Minuten und dann ist das dort auch fertig. Du bekommst deine Bescheinigung dafür, deinen Gewerbeschein, den natürlich wieder gut abheften und dann ist der ganze Schritt hier auch erledigt. Nachdem man das jetzt eigentlich gemacht hat, ist die GmbH komplett fertig und du kannst im Endeffekt starten. Was man natürlich jetzt auch beachten muss, du musst natürlich auf deine Umsatzsteuer-ID und auf deine normale Steuernummer warten. Die kommt vom Finanzamt. Hier war es bei uns so, dass die Steuernummer, also erstmal wird das Ganze sowieso erst beantragt oder losgeschickt, sobald du im Handelsregister bist. Das heißt, wenn du natürlich diesen Fragebogen schon viel, viel früher ausgefüllt hast und abgeschickt hast, dann bekommst du nicht dadurch eher deine Nummer, sondern es ist ganz klar so, dass du erst im Handelsregister stehen musst, bevor das Finanzamt das Ganze weiter bearbeitet, deine Nummer fertig macht und dir dann auch los schickt. Das heißt, sobald das passiert ist, wird hier auch wieder dann von denen weitergearbeitet und deine Steuernummer kommt so circa eine Woche, nachdem du im Handelsregister stehst. So war es bei uns. Ich habe schon gehört, dass es manchmal bis zu zwei Wochen gedauert hat, also wirklich manchmal deutliche Verzögerungen zwischen diesen ganzen Zeiten gibt, was natürlich nicht sonderlich schön ist. Nachdem du deine Steuernummer bekommen hast, dauert es dann nochmal so circa sieben Tage, bis du deine Umsatzsteuer-ID hast. Also das dauert wieder, verzögert sich wieder ein bisschen und letztendlich hast du dann alle deine Nummern, all deine Unterlagen und dann kannst du eigentlich auch loslegen. Natürlich solltest du zwischendurch noch mit deinem Steuerberater sprechen, ihn danach auch aufsuchen, dass ihr hier natürlich dann nochmal den genauen Ablauf der Besteuerung, wie das Ganze am besten monatlich abläuft, was er von dir braucht, dass er sozusagen die Vollmacht zum Beispiel für verschiedene Dinge noch bekommt, dass er zum Beispiel die Unterlagen des Finanzamtes direkt bekommt, Zahlungen und so weiter. Also hier solltest du natürlich dann danach, nachdem du im Handelsregister stehst, eigentlich schon einen Termin machen und dann zum Steuerberater, dass ihr hier auch starten könnt und alles weitere erledigen könnt. Aber das war der Schritt oder der Prozess, sag ich mal, wie wir jetzt eine OG oder GmbH ins Leben rufen. Eigentlich relativ simpel, aber es gibt trotzdem immer so ein paar kleine Schritte, die man hier natürlich beachten muss. Zum Beispiel, dass direkt das Schild der GmbH oder OG an den Briefkasten kommt. Da haben wir auch so einen kleinen Fall, das ist einen Tag zu spät rangekommen. Da muss man wirklich super, super schnell sein und es geht direkt der erste Brief der Bank wieder zurück. Kostet ein bisschen was, ist ärgerlich, also wirklich zum Beispiel solche Fehler einfach nicht direkt machen oder auch, dass man sein Gewerbe anmelden muss. Steht auch eigentlich nirgendwo im Internet und dass man nochmal mit dem Handelsregister Ausdruck zu Banken muss, habe ich auch damals so nicht gefunden. Das heißt, bei mir war es wirklich so ein bisschen Try and Error. Ich habe viele Leute gefragt, die schon erfolgreich GmbHs gegründet haben. Die konnten mir dann auch einige Tipps dafür mitgeben und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einfach ein bisschen helfen konnte, dir den Prozess mal zeigen konnte, dass du, falls du vielleicht auch in der Zukunft vor so einer Entscheidung stehst und diesen Schritt gehen möchtest, dann weißt du, okay, das sind die Steps, wie ich das Ganze mache und ich habe dir die Schritte auch nochmal hier in der Beschreibung kurz aufgelistet, in Stichpunkten, dass du hier nochmal nachlesen kannst und dir nochmal einen kleinen Überblick verschaffen kannst und wenn du nochmal zu diesem Video kommst, nicht nochmal das ganze Video hier gucken musst. Das heißt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, ich konnte dir damit helfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.